Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TT-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde, Spur TT, hallo. Also ihr habt gemerkt, dass ich gestern das Video gelöscht habe. Ich zeige euch heute mal ein Bild, was richtig war, absolut richtig war, was auch vom Werk her kommt. Also direkt von ESU ist die Belegung von dem Nano, also LOX Sound 5 Nano, der neue mit der Next 18 Schnittstelle. Die sechs Lötpads, die da angezeigt sind, das ist alles richtig. Das verlinke ich euch hier jetzt auch nochmal drunter. Also da gibt es keine Probleme. Probleme gibt es mit der Platine, wo ich euch vorgestellt habe. Meine Lösungen, die ich dazu hatte, ich habe das jetzt immer weiter durchgemessen, auch immer wieder mal eingestachelt von Alex. Gruß Alex. Es ist äußerst kompliziert und es ist kein Schaltplan oder kein Schaltplan, Belegungsplan, wie auch immer, von dieser Platine zu bekommen. Ich habe da jetzt einiges durchgemessen und festgestellt, dass die Lötpads, die da drauf sind, alle mit irgendwas verbandelt sind. Entweder mit Licht vorwärts, mit AUX 1, AUX 2 und so weiter und so fort. Also es ist äußerst kompliziert, was sie da gemacht haben. Und ich habe versucht, euch das jetzt mal aufzuzeichnen. Ich zeige euch das Bild. Ich habe ein bisschen was angeschrieben, was was ist, zu was, was gut ist. Ja, aber weitere Erklärungen möchte ich dazu nicht machen und ich halte mich da jetzt auch komplett raus. Ich möchte mich da entschuldigen. Da bin ich, glaube ich, einen Schritt zu weit gegangen und da möchte ich euch auch nicht weiter auf irgendwelche falschen Pferden locken oder so. Das muss ich für mich ausmachen, wenn ich das mache bei mir und es geht irgendwas schief, ist das mein Hobby, ist das mein Geld, was ich dann versenkt habe, wenn der Decoder hochgeht oder die Platine kaputt geht oder sonst irgendwas. Aber ich möchte euch da jetzt nicht mit reinziehen, sozusagen. Also ich gebe euch das Bild. Ich zeige euch das. Und das, was ich da ausgemessen habe mit den ganzen Anschlüssen, also das AUX 1, AUX 2, das Licht vorwärts, zum Beispiel, dass das mit auf dem Lydbett 13 mit drauf ist. Und so weiter und so fort. Das ist unumstritten. Das habe ich wirklich komplett durchgemessen und rausgekriegt. Aber wie gesagt, die ganzen Lydbett zum Beispiel, wie ich gesagt habe, die 13 ist durchgeschliffen, also einfach nur von links nach rechts und hat keine weitere Bedeutung. So ist es nicht. Die 13 und die 7, die zwei Lydbett, die auf der linken Seite und auf der rechten Seite sind, wo ich einfach gedacht habe, da kann man auch was anlöten und auf der anderen Seite abnehmen, dass das ohne Kabel zu bewerkstelligen ist, hier rüberwärts oder so. Das ist nicht so. Also wie gesagt, an der 13 hängt und an der 7 hängt die Weiße Leitung vom Decoder sozusagen, also das Licht vorwärts. Und das ist ja zweimal aufgeschalten auf der Platine, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite. Also einmal in Fahrtrichtung und einmal in rückwärts, also einmal in Fahrtrichtung vorwärts, einmal in Fahrtrichtung rückwärts. Jeweils einmal ein weißes Kabel angelötet und die sind mit 13 und 7 verbunden, je nach Richtung. Und so weiter und so fort. Also das ist hoch kompliziert, habe ich jetzt festgestellt. Da ist nichts einfach dargestellt oder gemacht oder getan. Und ich habe mich auch schon mit Alex drüber unterhalten und durch die schwarzen Platinen kann man diese Leiterbahnen auch kaum noch verfolgen. Also ich habe das jetzt alles nur durch Durchmessen hinbekommen, was ich jetzt da drauf geschrieben habe. Das, was jetzt da drauf steht, ist definitiv so, wie es ist. Aber man kann hier nicht irgendwie irgendwas nutzen, um irgendwas weiterzuleiten. Geht einfach nicht. Was definitiv geht, ist py1 und py2. Also das ist definitiv. Da hängt auch kein anderer Ausgang mit dran, was jetzt direkt durch die Schnittstelle an den Decoder dran geht oder so. Also das ist frei. Da kann man definitiv praktisch py1 und py2 als Eingang nehmen. Kann da vom Decoder aus, wenn man jetzt den großen Decoder nimmt, so wie ich, da Ausgänge, AUX-Ausgänge anlöten und hat die dann anliegen an pm1 und pm2. Äh, Quatsch, pz1 und pz2. Entschuldigung, pz1 und pz2 sind die Ausgänge von py1 und py2. Und das pm ist u+. Das ist auf jeder Seite zweimal da. Aber das ist ganz normales u+. Und pz1 und pz2 kann man dann nutzen als AUX-Ausgänger. So. Das ist jetzt das Einzige, was ich noch dazu sage. Ich zeige euch das Bild jetzt hier hinten dran. Dann habe ich ja gestern für alle, die noch nicht mit reingeguckt haben, gesagt, das kommt jetzt demnächst. Ähm, die 231, aber noch unter der DR-Variante, also das ist das Übergangsgeschehen, wo es noch Reichsbahn war, aber schon die Bundesbahn-Nummerierung hatte, EDV-Nummerierung. Ähm, ihr seht hier die 130er, die steht noch da. Die habe ich jetzt da, die Decoder dafür habe ich da, die Lautsprecher dafür. Ähm, für unten rein habe ich auch da von ESU. Wie gesagt, da kommt hier unten der, wie in den Umbau von der Jubiläums-Lok, unten der normale Lautsprecher. Mit der Membrane, also der Ovale. Und oben kommt dann nochmal der, ähm, Zuckerwürfel mit rein. So. Also ich, wie gesagt, da schreibt ich es voll. Ähm, ja. Hierzu sage ich dann am Wort zum Sonntag was, dass ich am Wort zum Sonntag auch noch ein bisschen was zu sagen habe, ne. Aber schon mal vielen Dank an Hilma. Habe ich doch schon gesagt, ne. Aber sprechen wir da mal genauer drüber, um was es da geht. Und ja, genau. Also das soll es jetzt für heute gewesen sein. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass ich euch da jetzt gestern total durcheinander gebracht habe. Und ich hoffe, ihr könnt mir diesen Fobar verzeihen. Also ich mache jetzt ein Bild hiervon. Ich hänge euch auch nochmal, oder zeige euch auch nochmal das Bild von, ähm, den neuen Nano. Und das war's dann. Also ich werde mich, was sowas anbetrifft, ähm, in Zukunft zurückhalten. Ich zeige euch, wo ich was anlöte, mit welchem Hintergrund. Aber, ähm, versuchen so eine Platine zu entschlüsseln, ähm, das müssen dann, glaube ich, schon mal richtige Elektroniker machen. Also, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Also bis dann, tschüss, euer Wermer, danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns Sonntag. Wir sehen uns Sonntag.